Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, ihr seid alle gut in den Tag gestartet. Bitte nochmal, ich hoffe, das Bild ist heute ein bisschen besser. Gestern, wie gesagt, neues Setup, sag ich mal, neuer Bildschirm. Ich hoffe, heute erkennt man es deutlich besser. Wenn es noch irgendwelche Verbesserungsvorschläge gibt, schreibt es einfach unten in die Kommentare oder in die Telegram-Gruppe. Ansonsten würde ich sagen, fangen wir jetzt sofort an. Momentan traden wir bei ungefähr 38.200 US-Dollar. Ihr seht es hier, wir steigen langsam immer weiter höher. Wir haben immer noch hier unseren Monats-Pivot als Widerstand, den wir jetzt schon zweimal hier angetestet haben und zweimal rejected worden sind. Wir haben einen RSI, der mittlerweile relativ weit oben ist, hier bei ungefähr knapp 60. Volumen nimmt weiterhin ab. Wir haben Wochenende. 7E-Gap liegt bei ungefähr 37.700 US-Dollar, also genau hier an den 4 Stunden EMA-Ribbons. Ich erwarte heute, also spätestens heute, irgendwann mal einen Breakout. Entweder wir rasen hier jetzt wirklich durch, kriegen dann bestätigtes Breakout über den Pivot und gehen dann hier wirklich Richtung 42.000 US-Dollar, wo hier oben diese Menge Supply-Zonen sind. Im Endeffekt hier oben ist kompletter Widerstand. Dazwischen würde ich sagen, kommen wir relativ flott durch im Endeffekt. Wir haben noch negatives Funding teilweise auf den Börsen. Hat sich jetzt wieder ein bisschen ins Positive gelegt, zumindest bei Bybit habe ich es gesehen vorhin. Ansonsten besteht weiterhin die Möglichkeit, dass wir hier einfach wirklich nochmal runtergehen in diesen Bereich um 33.000 beziehungsweise 32.000 US-Dollar. Wäre auch das Preisziel von unserem Ascending Triangle. Also wir haben hier im Endeffekt ein bullisches Chart-Pattern. Trotzdem können wir hier einfach nochmal nach unten hin ausbrechen und dann einen schönen doppelten Boden bilden, bevor wir dann hier wirklich die Reise nach oben hin starten. Also das sind so immer noch weiterhin die gleichen Möglichkeiten wie gestern im Endeffekt. Sollten wir nach oben hin ausbrechen, bestätigt. Relativ flott, denke ich, hier in Richtung der Bereich von 42.000 US-Dollar. Hier oben, weil wir hier die erste 12 Stunden Supply-Zone haben. Danach geht es dann los mit 3, 6, 8 Stunden Supply-Zone. Also hier ist eine Menge, Menge Widerstand. Wir haben auf dem 4-Stunden-Chart den 200 SMA hier oben noch, also auch noch ein dicker Widerstand. Ansonsten nach unten hin haben wir eine Menge Support. Wir würden einen schönen doppelten Boden hier unten bilden und endlich mal eine Trendwende hinlegen. Wird sich dann zeigen, denke ich mal, im Laufe des Tages. Wie gesagt, Volumen deutlich abnehmend. Also das auf jeden Fall im Blick behalten. Und wenn wir hier wirklich nach oben hin ausbrechen sollten, möchte ich eine Bestätigung sehen und dann die Reise nach oben hin fortsetzen. Wie gesagt, müssen wir jetzt einfach mal im Auge behalten, wie sich das über den Tag weiter ausgibt. Viele sind bullisch. Ich bin da eher noch ein bisschen neutral eingestellt, weil einfach die Chance nach unten hin weiterhin gegeben ist. Ansonsten gibt es nicht mehr bei Bitcoin momentan zu sagen. Schauen wir uns Ethereum am besten noch an. Hier sehen wir auch ein mögliches Ascending Triangle, also grundsätzlich ein bullisches Chart-Pattern. Auch hier kämpfen wir momentan mit den 4 Stunden E-Ribbons. Wir haben es geschafft, diesen Monats-Pivot hier in Orange als Support zu bestätigen, schon mehrmals. Hier kommt aber auch überhaupt kein Volumen momentan rein. Also wir haben ganz, ganz wenig Volumen im Markt. Also überhaupt nicht ausbruchsverdächtig. Wir haben einerseits hier eine Widerstandslinie bei ungefähr 2628 US-Dollar, wo wir momentan mit kämpfen und immer wieder rejected werden. Und dann noch diesem WIG hier oben bei ungefähr 2726 US-Dollar. Schaffen wir diesen zu durchbrechen, kann ich mir auch hier guten Short-Squeeze vorstellen, dass wir hier locker in diesem Bereich von 3000, 3100 US-Dollar auf jeden Fall hinkommen könnten. Aber auch hier ist der RSI relativ weit hoch. Also hier müssen wir wirklich aufpassen, dass wir hier nicht sogar noch eine Bearish Divergence reinkriegen. Irgendwie das gleiche im Endeffekt bei Bitcoin. Also es wird heute wirklich ein spannender Tag. Breakouts sind auf jeden Fall möglich, wobei wir hier bei Ethereum wirklich noch ein bisschen Luft nach unten hätten. Wir hätten auch hier nochmal den Bereich von 2400 US-Dollar und dann hier noch ein bisschen konsolidieren auf dem 4-Stunden-Chart. Bei Bitcoin sieht das alles ein bisschen flüssiger aus. Also hier erwarte ich bis nachmittags, abends auf jeden Fall ein Breakout. Falls dieses Breakout überhaupt impulsiv wird, es kann natürlich auch sein, dass wir es seitlich verlassen, ober oder so ganz leicht nach oben hin. Also das wird sich zeigen. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie das heute weitergeht. Gut, schauen wir uns Cardano an. Cardano hat es nicht geschafft, wie wir gestern hier angesprochen haben im Video, wenigstens mal die 4-Stunden-E-Mail-Ribbons von oben hin anzutesten. Wir haben ja immer noch Schwierigkeiten mit diesem Monats-Pivot. Konsolidieren weiterhin in diesen wichtigen Key-Level hier um ungefähr 1,00 bis 1,10 Dollar. Wichtig wird hier, die 4-Stunden-E-Mail-Ribbons nach oben hin zu verlassen und dann diese blaue Kaufzone bzw. Widerstandszone bei ungefähr 1,17 Dollar zu durchbrechen. Dann, was schauen wir uns denn noch an? Luna. Luna hat dann auch kaum noch Bewegungen gezeigt im Endeffekt. Klar, wir könnten jetzt hier sagen, okay, wir haben jetzt ein größeres Double-Bottom-Pattern gebildet, aber es ist kein schönes Double-Bottom-Pattern im Endeffekt, wo man jetzt traden würde. Der Trade, den ich in der Gruppe gesagt habe, der läuft natürlich weiterhin Profite genommen. Aber ich habe ja gesagt, bei 53 US-Dollar werde ich da auf jeden Fall nochmal einen größeren Butzen nehmen. Habe ich dann auch gemacht. Also Stop-Loss ist jetzt sowieso auf Entry. Da wird sich jetzt zeigen, ob wir hier genug Schwung reinkriegen, um hier mal wirklich einen impulsiven Move nach oben hin zu starten. Wichtig wird hier die 55 US-Dollar, wo der Monats-Pivot liegt. Und danach haben wir, sage ich mal, erstmal Luft bis ungefähr 60 US-Dollar. Gut, dann, was können wir uns denn noch angucken? IOTA. IOTA auch wenig Bewegung hier. Konsolidierung, Seitwärtsphase, das können wir auch hier mal gerne einzeichnen. Im Endeffekt das gleiche wie bei Polkadot, wo wir uns angeguckt haben. Riesige Seitwärtsphase, auf dem 4-Stunden-Chart zumindest. Wo kaum Bewegung drin ist, Volumen deutlich abnehmend. RSI steigt aber weiterhin. Hier liegen auch noch die 4-Stunden-Email-Ribbons im Weg, wo wir jetzt zuletzt vom obersten Ribbon, sage ich mal, rejected worden sind. Die ziehen sich hier auch langsam zusammen. Also ich denke, heute oder spätestens morgen wird auf jeden Fall eine Menge passieren. Dann können wir uns noch angucken, Schieber. Wo haben wir den Schieber? Hier. Schieber, im Endeffekt gleiches Bild. Hier haben wir aber einen Symmetrical Triangle. Mit zwei Widerstandslinien. Einerseits die hier, die wir jetzt nach oben hin durchbrochen haben. Mit ganz minimalem Kaufvolumen momentan. Wo jetzt in diesem Moment, sage ich mal, die Bestätigung noch aussteht. Ansonsten diese größere Widerstandslinie. Da sind wir aber noch nicht raus. Das heißt, wir haben immer noch die Chance hier ein impulsives Breakout zu sehen. Hier auszubrechen und dann zumindest mal in den Bereich von 4x0, 2480 US-Dollar auf jeden Fall hinzusteigen. Hier liegt der nächste Pivot. Hier oben liegt noch eine ehemalige Supportzone. Die wir dann zumindest mal als Widerstand anerkennen könnten. Also dieser Bereich um 0,225 ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass wir hier nach oben hin steigen. Ansonsten nach unten hin. Der Bereich hier unten bei ungefähr 4,0er. 18 US-Dollar. Müssen wir auch mal im Auge behalten. Dieses Symmetrical Triangle. Polkadot, wie gesagt, weiter in Seitwärtsphase. Wir versuchen hier zumindest höhere Hochs zu bilden. Haben es aber auch noch nicht nach oben hin durch diese Neckline bei ungefähr 19 Dollar geschafft. Also auch hier wenig Bewegung im Markt. VeChain. Auch die 4 Stunden E-Mail Ribbons ziehen sich hier langsam zusammen. Wir befinden uns genau inmitten dieser 4 Stunden E-Mail Ribbons. Monatspivot bei ungefähr 0,06 US-Dollar. Das wäre so ein Bereich. Wer da in den Trades eigentlich mal reingehen will, die ersten Profite zu nehmen. Ansonsten preist die Last mal 0,0644 US-Dollar, den ich hier auf jeden Fall im Auge behalten werde. Schauen wir uns Solana noch an. Was geil, was dieser Strich hier soll. Auch riesige Seitwärtsphase. Also ihr seht, momentan ist wirklich wenig Bewegung im Markt. Es konsolidiert alles. Wir könnten auch hier, sag ich mal, ein kleines Symmetrical Triangle bilden. Wobei mir das jetzt auch nicht so wirklich gut gefällt. Aber wir bilden auch hier, zumindest auf kleineren Timeframes, höhere Tiefs, aber keine höheren Hochs. Also dafür wäre es wichtig, dass wir hier auf jeden Fall den Bereich um 104 US-Dollar nach oben hin knacken. Und was haben wir denn noch? Irgendwelche Wünsche waren, glaube ich, noch. Juni-Swap kann man uns nochmal noch angucken. Auch hier steht weiterhin, okay, 4 Stunden E-Mail Ribbons. Wir haben das Key-Level gehalten. Hat sich auch im Endeffekt wenig getan. Weiterhin die Möglichkeit, dass wir dann hier nach oben hin ausbrechen. Oder nochmal diesen Bereich zwischen 5 und 7 US-Dollar auf jeden Fall antesten könnten. Und das wäre weiterhin nicht bearish, weil wir hier unten einfach noch ein kleines Void zu füllen hätten, welches dann auch gefüllt werden möchte. Ansonsten, ey, es ist wirklich wenig im Markt los. Einfach abwarten, was jetzt so die nächsten Stunden passiert. Wichtig ist, dass wir auf jeden Fall mal Handelsvolumen reinkriegen. Einen impulsiven Ausbruch überall sehen, vor allem bei Bitcoin. Weil Bitcoin gibt einfach momentan den Takt an. Die Bitcoin-Dominanz unverändert bei ungefähr 42,5%. Also auch hier, man merkt, es ist Unsicherheit im Markt. Es braut sich irgendwas zusammen. Die Frage ist wirklich, brechen wir jetzt sofort nach oben hin aus. Oder sehen wir nochmal den allerletzten Wig nach unten hin, bevor wir dann wirklich einen doppelten Boden bilden. Und dann wirklich diesen Trend nach oben hin fortsetzen. Die riesige Seitwärtsphase ist weiterhin intakt. Habe ich euch ja schon in den letzten Videos immer wieder gesagt. Deswegen einfach Ruhe bewahren. Markt beobachten. Kein riesiges Risiko eingehen, sage ich mal. Nicht jetzt mit hohem Hebel hier auf Short- oder Long-Wetten. Mit Bedacht in den Markt, sage ich mal, reingehen. Ansonsten gibt es eigentlich momentan wenig zu beachten. Ansonsten werde ich euch natürlich in der Telegram-Gruppe auf dem Laufenden halten. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung, wenn ihr Bock habt. Dann schauen wir uns noch ganz kurz die News an. Google Cloud startet jetzt Team für Blockchain-Produkte. Adaption, wie immer, findet weiterhin statt. Es tut sich immer mehr. Ich glaube, Arizona will es auch als Legal-Tender, sage ich mal, bestätigen. War ja jetzt ein Artikel, der auf Twitter, sage ich mal, rumgegangen ist. Also ihr seht, es geht immer weiter voran. Die News sind im Endeffekt weiterhin bullisch. Es sind einfach die Unsicherheiten im Markt. Momentan wird sich zeigen, wie es weitergeht. Gut, dann würde ich sagen, wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen, entspannten Sonntag. Wir hören uns dann morgen früh wieder. Nächste Woche kommen die Videos wieder ganz, ganz früh. Sag ich mal so, gegen 8 Uhr. Freue ich mich drauf. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen, guten Morgen. Einen schönen Tag, entspannten Tag. Und wie immer, stay crypto.